Hartwig Welkiem, herzlich willkommen von Herde Sokom. Ich freue mich sehr, dass Sie sich eingewählt haben hier zum Late-Ister-Trohle-Verdriffel. Lass uns die bösen Geister vertreiben, das Piekelbrennen und die Nordwesen ein Online-Format, weil eben in diesem Jahr Corona-bedingt das Piekelbrennen, so wie wir es kennen, eben nicht stattfinden kann. Und dazu möchte ich gerne meine Gäste begrüßen, und zwar einmal Ilse Johanna Christiansen. Sie ist die Vorsitzende von Rascherett vom Krisenrat und ist eben schon viele Jahre engagiert für die frisische Volksgruppe auf Landesebene, Bundesebene und europäischer Ebene. Bitte noch mal Zete, Herr Ilse. Ich sprüge mir dazu, man zu dir kann. Hartwig Welkiem. Und dann bei uns haben wir auch Maren Jessen. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende vom Söhring für Ihnen, vom Sylter Verein auf Sylt. Und engagiert sich eben sehr stark für das Söhringer Friesisch und ist auch bei den sozialen Medien sehr stark vertreten. Hartwig Welkiem, Maren. Dann haben wir bei uns, dass ich dir bilden muss. Cool, dann. Dann haben wir unseren Gastredner Dr. Bernd Fabritius aus Berlin, denke ich mal, oder wahrscheinlich zugeschaltet. Aber er ist eben der Mann in der Runde, der die nationalen Minderheiten in Berlin vertritt und ist eben der Bundesbeauftragte für nationale Minderheiten und Aussiedlerfragen. Und war eben letztes Jahr beim Bietgebrennen live dabei und kann uns eben auch noch viel über seine Eindrücke erzählen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sehr gerne. Und musikalisch umrahmt wird diese Online-Veranstaltung von Norma gebürtig oder bürgerlich Norma Schulz. Sie ist auf der frisischen Insel höher aufgewachsen und macht Musik schon seit vielen Jahren professionell und macht auch Hochdeutsch, Plattdeutsch und eben auch auf frisische Musik. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön. Ich möchte mich auch noch selbst vorstellen. Ich bin Helen Christiansen. Ich bin die Koordinatorin des Minderheiten-Kompetenz-Netzwerks Schleswig-Holstein-Süd-Dänemark. Das ist ein sehr langer Name und das ist eben ein neu gegründetes Netzwerk und wir machen eben für verschiedene Minderheiten eine Veranstaltung um und für Minderheiten in Grenzland, im deutschstämischen Grenzland. Da wir jetzt auch einige Teilnehmer dabei haben, möchte ich natürlich auch gerne wissen, wer Sie sind und würde eine kleine Umfrage starten. Hierzu mache ich eine Umfrage auf und möchte Sie eben gerne fragen, von wo aus haben Sie sich eingewählt? Da können Sie dann oben, wenn Sie eintippen, wo Sie sich eingewählt haben. Ich bin natürlich auch hier in Sankelmarkt. So. Und wenn es, genau, wenn einige, sage ich mal, ausländische Teilnehmer dabei sind, ich kenne nicht alle westfriesischen Dörfer, also gerne auch Friesland oder Niederlande. Weil natürlich, Friesland ist halt besser, wenn man es angibt, angeben. Dass wir auf jeden Fall einen kleinen Eindruck bekommen können, wer sich hier alles angesehen hat. Äh. Äh. Vielen Dank. Okay, ich denke nicht alle haben das, ja, aber 21 Antworten. Wir haben große Städte dabei, München und Berlin natürlich, aber dann auch einige Städte in Friesland, das ist in den Niederlanden und Wottenbüll, das ist natürlich auch eine große stadtnahe Husum. Sehr schön. Vielen Dank. Hartlich willkommen und ich möchte natürlich auch noch einige Gäste begrüßen, die sich eingebildet haben. Johannes Kahl sind der Minderheitenbeauftragte von Schleswig-Holstein und Linda Pieper aus der Staatskanzlei Schleswig-Holstein. Wir haben aber auch Amdor Barabasch, ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig eingegeben, eben der Präsident der Jugend-Europäische Volksgruppen und eben Gösta Nissen, der Leiter des Minderheitensekretariats aus Berlin. Also schön, dass sie da sind, schön, dass ihr da seid. Dann würde ich gerne mit dem ersten Teil der Veranstaltung starten, dass wir ein bisschen in Stimmung kommen. Es soll ja so locker, Online-Formate sind natürlich nicht immer so locker, aber ich hoffe, dass mit Musik auf jeden Fall auch ein bisschen Stimmung rüberkommt und dass wir uns entspannen können und da nebenbei auch viel lernen können. Und würde das Mikrofon dann weitergeben an Norma und eben die anderen Referenten jetzt aus dem Bild nehmen. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Ich habe ein Lied für den Anfang und zwar ist es nicht von mir, sondern ein altes frisisches Lied. Goulruat an Blais, das sind die drei Farben der frisischen Flagge. Bei Ilse sieht man die auch im Hintergrund, habe ich gerade gesehen. Gold, Rot und Blau. Und genau, Goulruat an Blais, das frisische Lied. Goulruat an Blais, das frisische Lied. Musik Ruhrt an von Blasen und Han ruhrt seine Schuhe von Lilligstrich Dessern ja verliebte er noch Blättert wieder Trin am Fehl Dessern ja verliebt Auwe Lüte Dessern ja verliebte er noch Die Lerweig verliebte er Weil han er vormenigt Weil han er vormenigt Dessern ja verliebte er noch Ja, ich hab' den Lilligstrich Dessern ja verliebte er noch Am Fehl Am Fehl Dessern ja verliebte er noch Kein Glöckaston Ruhrt schlagweiz Ruhrt an Hey Am Fehl Dessern ja verliebte er noch Kein Glöckaston Ruhrt schlagweiz Ruhrt an Ruhrt an Hallo Norma. Hallo. Haben Sie das gut hier? Ja, wir werden alle gut hier. Ich mache nur eine Foto. Nachher gibt es noch mehr Musik von Norma. Das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack. Also vielen Dank. Ich möchte noch einen kurzen Einblick geben in die frisische Sprache, weil Norma hat ja auch frisisch gesungen und möchte jetzt noch mal kurz zum Teilnehmern fragen, wie sie eben das frisische, inwiefern sie mit dem frisischen vertraut sind. Und da habe ich eben eine kurze Frage vorbereitet. Genau. Hier ist eine Umfrage zu, haben Sie schon mal Nordfriesisch gehört? Klar haben wir jetzt Norma singen hören, aber ob man im Zug war und schon mal frisisch gehört hat, oder ob man gar keinen Bezug dazu hat, dass wir ein bisschen so einen Eindruck bekommen, inwiefern Sie mit den Nordfriesischen vertraut sind. Okay, sehr schön. Also hier kann man schon deutlich sehen, es gibt einige, die fließend frisisch sprechen können. Das ist natürlich super. Und einige können ein paar Wörter verstehen, aber die meisten können nur wenig verstehen. Und das macht auch gar nichts, weil da sind wir heute eigentlich ganz gut dabei, dass wir eben ein kleines 1x1 im Nordfriesischen lehren können. Und da möchte ich Sie eben dann kurz einführen. Also das Nordfriesische wird von 10, ich mache meine Kamera natürlich auch wieder an. So, da sieht man nicht. Das Nordfriesische zur Erklärung wird von 10.000 Sprecherinnen gesprochen. Und diese sind eben auf den Inseln verteilt oder auch auf dem Festland in Nordfriesland. Und es gibt verschiedene Dialekte im Nordfriesischen, weil eben auf den Inseln werden geografisch bedingt, eben auf jeder Insel gibt es einen eigenen Dialekt und grob gesehen eben auch einen Dialekt auf dem Festland. Das ist, wenn man andere Minderheiten vergleicht, gar nicht so besonders, weil zum Beispiel die Vardiner in Norditalien haben auch verschiedene Sprachen oder Dialekte in einer kleinen Minderheitensprache. Da ist es nur durch Tälern und Bergen abgegrenzt. Und im Nordfriesischen hat man eben durch die Inseln verschiedene Sprachen im Rennen. Und zum Friesischen kann ich Ihnen ein kurzes Einmaleins geben, weil heute während der Veranstaltung werden wir auch ein paar frisischen Wörtern wieder begegnen. Das eine ist Bikelbonk. Dazu wird Norma noch ein Lied singen nachher. Also das kann man sich auf jeden Fall merken. Und das heißt eben der Haufen vom Bikel. Also es wird ja ein großes Feuer gemacht und dieser Haufen Bikelbonk hat eben auch einen Begriff. Und wenn man Dänisch kann, auf Dänisch heißt das Bunke und eben Bikelbonk. Also wenn man Deutsch, Dänisch und Englisch kann, dann ist man im Friesischen gar nicht so weit weg. Dann noch eine kleine andere Anmerkung zu den sprachlichen Vielfältigkeiten im Friesischen. Ein wichtiges Wort möchte ich Ihnen noch mitgeben und das ist das Wort mich. Und das heißt eben Ei. Also Ei. Und auf dem Sörlinger Friesisch heißt das Eck. Und wenn sich zwei Friesen unterhalten, der dieses Wort unglaublich oft benutzt. Und wenn man jemandem zuhört und man hört die ganze Zeit Ei, 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 Ei und kann das gar nicht zuordnen. Aber das ist auf jeden Fall Ei oder Eck auf dem Sörlinger Friesisch oder auf dem Sörlinger Friesisch wird es vielleicht ein bisschen mehr Ei ausgesprochen. Also ist man schon ein ganzes Stück weiter. Und um ein bisschen in Stimmung zu kommen, möchte ich Ihnen einen kleinen Filmausschnitt zeigen, eben zum Bikelbrennen, wie das eben auf der Insel Föhr abläuft. Genau gesagt im Dorf Ödersam, also im Dorf Uttersum. Und dieser Film ist von Klaas Sieken gemacht und da spielen die zwei Worte Bikelbonk und Ei, kommen sehr oft vor, weil das eben auf Friesisch gesprochen ist und mit deutschen Untertiteln werden Sie da mit diesen zwei Worten schon recht viel raushören können. Und ich zeige Ihnen jetzt diesen Filmausschnitt. So, da haben wir ihn. Ich würde dann bitten, die Referenten kurz ihre Mikrofone stumm zu schalten, dass wir da keine Störgeräusche haben und werde ihn mit dem Film abspielen. Wir jungen und ödersamen Passe achten da über Bickebong üben. Da der jungen und alle Taten ein von der Bickebong was klar auf am ihrer untere. Und da dringend war darin, wie Passe wohl ein für die Kamera. Macht nix. Zeigend mir mal hier in einem Leichtlagerfeuer. Da der mutig dringend haben ein für Bieltor kümmern, bloß das Dämm hier. Die jungen an der Verkunft vermannten Mäge der Zorn, da tun achte Tareb an Bickebong zu kommen. Achte Tareb, weil ich gerade Bickebong habe. Am normalen Wies kommt noch ein Piedermel bei Bickebong. Aber Jülling haben den Piedermel über Bickebong und Erdassam. Der Bicke nicht auf der Blut und Nordfreskland. Das ist eine ganz olle Tradition, ein Wort immer unerinnernd von die Sepro-Macht. Der Bickebong ist ein Piedermel bei Bickebong und Erdassam. Aber morgen seidet wird er ihrem Fachmacht. Eich so, Tare, da kriegst du, weil hier wird echt Ärger. Echt, 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 Echt. Wenn du halt ärgerst, dass die Bickebong warst. Oh, weißt du, das ist schlimm. Jetzt. Das ist ja toll. Das wäre ja, wenn wir hier unkönnen. Aber ja, muss das doch ruhig. Dann, wann nicht, muss das? Das muss doch den Bürgermeister vertellen, Anne. Ja, das ist doch ungerecht. Hier kann man mal die Juste Bickebong, zahlt sich so un. Ich weiß nicht, dass ich von Tare und Tarebog verklappert. Und wir müssen das nicht unkönnen. Ja, das haben wir uns ungebracht, Anne. So geschweig. So, nun kommt der Fackelzug und nun können nicht losgehen. Ne brandet Wicke endlich, wird gerade am geräuschertem Notstromgerät, fährt laut, am fernen Haar wie Jonge und Ulisse Lagerfeuer. An Lagerfeuerbrück wird die Turm und am Negratstok noch das Wurtertum ein, die Mama ist schon ein Schlund. Woran wird Verteiliglichs. Verteiliglichs. Wicke woks, nun harn und ahnung an Kiefe am Hunde. So, die Feuer macht ihr bitte aus. Da drüben ist die Bicke, schaut mal, wenn das hier weiter brennt. Da hinten sind noch Leute unterwegs. Macht das bitte aus. Na gut, da gucken wir ihm, wo er ist wieder. Sucht und ein Gelbjong einfach. Ja, das kommt doch lang. Oh shit, da kommt es wieder. Oh nein, das ist echt, ey. Einmal, was der Bickelbombs haben, im Gesicht zu erneut wird. Hocker ist gehalten und zu erneut. Ganz weit, ganz weit. Ganz weit. Ganz du, aber ich war ganz du. Ja, ich war nicht. Ich war nicht. Oh ja, ich war nicht. Ich war nicht. Kommt doch jetzt in den Radon. Oh ja, ich war nicht. Ich bin in die Schwitz. Wie muss ich hier mit regnen? Wenn ihr hier lasst, dass das unverstanden ist. Ja, ich kann auch nicht. Ich habe hier die Abrede mit, ich glaube, in der Handbrücke. Und da können wir die Fläber, und dann können wir die Fläber, und dann können wir die Fläber, und dann haben wir die Fläber. Ja, ich kann ja, ich habe das Problem. Das war ja... Aber wir haben ja eine Pia da, nicht? Ja, das ist immer bekannt. Da haben wir nicht... Oh, du bist nicht meinte. Hahaha Das Dräberhuis hat gebraucht. Die Meldet, die Bickelbong und Guttbrant. Nö ist mit, wenn du übers Auer bleiben hast. Ach, war das Ei war der Turache. Hahaha Hey, Arne, wir haben den Urge. Kann ich den Zug so noch bewackeln? Ja, ich kann nur noch ein bisschen. Ja, der Glocke, der kann... Ja, dann bitte umkugeln. Ja. So, dann sind wir wieder zurück. Und ich gehe jetzt weiter in den nächsten Teil, und frage eben, Ese Johanna Christian von Maren Jessen. Ähm... Ja, mir will nur, äh... Bickel sen af hea. Än, äh... Also, ich habe kurz gefragt, Ese Johanna und Maren, wie ist dann die Bickel auf dem Festland, und wie ist das Bickelbrennen auf Sylt? Wie läuft das ab? Ähm... Wir haben das im Film-Ausschnitt, das war ja auch für. Gibt es da Unterschiede, oder läuft alles genau gleich ab? Also bei uns auf der Insel Sylt läuft es ein bisschen anders ab. Ich habe mit Freuden gesehen, dass es auch für ein Kinderfest auch ist, dass die Kinder sehr viel Spaß haben. Bei uns rücken die Kinder immer mehr in den Hintergrund. Es sind auch keine Konfirmanden mehr da, die, äh, die Bickel zusammen sammeln, oder die aufpassen auf die Bickel. Es sind jetzt, äh, Arbeiter vom Bauhof da, die die Bickel auftürmen. Und diese ganz schöne Tradition, diese, äh, Freude und diesen Spaß, den die Kinder immer hatten, der tritt leider bei uns in den Hintergrund. Und, ähm, ich habe die letzten zwei Jahre mal initiiert in Tinnung, dass man Kinder hinzunehmen möge. Und dann, ähm, hat die Tinnunger Feuerwehr das gemacht, und die Kinder haben sehr viel Spaß gehabt. Also die sind dann auch nochmal dabei gewesen, haben auch nochmal ein bisschen Weihnachtsbäume gesammelt, und haben diese Tradition wieder ein wenig aufleben lassen. Und ich hoffe, dass wir, äh, äh, auch weiter dafür sorgen können, dass man auch, äh, nach dieser Tradition weiter verfährt. Und das Ganze nicht nur zu einem großen Haufen werden lässt, sondern zu einer Bickel, die wirklich gemeinschaftlich gesammelt und aufgestapelt wird und mit Freude auch gleich, äh, äh, aufgestapelt wird sozusagen. Der Friesenrat kümmert sich ja darum, dass das Friesentum nicht verloren geht. Die Bicke war auf dem Festland verloren gegangen. Und die Tradition ist dann wieder von den Inseln auf Festland zurückgekommen. Ende der 70er Jahre gab es eine kleine Gruppe rund um das Nordfriesische Institut, die sich Gedanken gemacht haben, wie man das revitalisieren kann. Die erste Bicke fing am Stolberg an zu lodern. Und wir hatten auch einen Künstler dabei, Knut Kiesewetter, der auch ein extra Lied geschrieben hat zu Bicke, so wie wir das nachher noch von Norman hören. Bicke zu Leitastatrole verdrive. Lass uns die Geister vertreiben. Das Alte muss weg und das Neue muss entgegengenommen werden. So ist das Dunkle und die Lass des Vorjahres und die Mühsam, das wird verbrannt, alles in den Haufen hinein. Und wir gehen mit Lust und mit Freude und mit Gesang und auch mit Klamauk in die Neue Zeit. Die Bicke ist seit 2014 immaterielles Kulturgut. Deutschland hat sich 2014 das erste Mal auf die Agenda der UNESCO gesetzt, das Kulturgut in Deutschland zu sammeln. Und wir beim Friesenrat, ich und mein Geschäftsführer und Gutachter, haben sich dafür eingesetzt, dass das aufgelistet wird. Am Anfang ist es natürlich sehr schwer. Aber ich habe mir ein Beispiel genommen, was man in den 70er Jahren auch geschafft hat. Warum sollten wir das nicht schaffen? Wir haben aus dem Vorstand viel Unterstützung bekommen. Insbesondere die Führer und Sylt haben gesagt, fraß Chandeläse an Bliwe. Es muss ein eindeutiges physisches Fest sein. Und wir haben es geschafft. Die Bicke ist immateriell. Wir müssen es machen. Es ist nicht ein Relikt, das im Museum liegt, sondern wir müssen es machen. In welcher Form auch immer. Und Alte müssen dabei sein, Junge, Kinder, Politiker, Repräsentanten, aber auch Gäste. Die Bicke ist auf. Das erste Mal ist es jetzt, machen wir das Erzählen, dass die Bicke eingezäunt ist. Das kennen wir nicht. Das widerspricht unserer friedlichen Freiheit. Aber die Freiheit ist eben da. Wir dürfen auch jetzt auf Sylt und auf Armour eine Bicke anfangen. Und wir dürfen digital daran teilnehmen. Frage weiter an Maren. Auf der Insel Sylt habt ihr eine Bicke genehmigt bekommen. Kannst du uns nochmal erklären, was genau heute Abend dann läuft? Welche Bicke kann man da erwarten? Ja, gerne. Also der Impuls ging von unserem Verein, von der Sonne für Ening aus. Wir haben uns in der Zeitung, in der Presse geäußert und haben diesen Vorschlag angebracht. Der wurde von den sechs Ortsbeiratsvorsitzenden der Gemeinde Sylt gerne aufgenommen. Und man hat also wirklich gekämpft. Man hat es also auch angemeldet beim Kreis. Und man hat da sehr viele Vorbehalte gehabt. Das ist ganz klar. Man will kein Risiko eingehen. Aber aller Umrufe zum Trotz und aller Stimmen, die eigentlich dagegen sind, haben wir es doch geschafft. Haben die Ortsbeirate es geschafft. Und heute Abend werden wir um 17.30 Uhr eine virtuelle Bicke entzünden. Das heißt, die Bicke wird wirklich entzündet, aber virtuell eben übertragen. Es wird der Schentichorps der Insel Sylt, die Söhring Lönn singen, schön laut dabei. Ich durfte eine Bicke Ansprache halten auf Söhring und auf Deutsch, die wird übertragen. Es wird der Kreispräsident sprechen. Es wird der Bürgervorsteher Peter Schnittgaard sprechen aus Westerland. Und der Ortsbeiratsvorsitzende aus Zinnung, Raphael Ibsen, der federführend dafür verantwortlich ist. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, denn es ist in der heutigen Zeit ganz, ganz schwierig, finde ich, Freude rüberzubringen. Weil alles abgeschmettert wird und man auch sofort Widerstimmen hat. Aber die Corona-Pandemie hat ja auch viel mit uns gemacht. Wir sind ungeduldig geworden. Wir sind hässlich zueinander geworden manchmal. Und wir haben uns gedacht, wir wollen dieses Freudenfeuer, als das es gedacht ist, gegen alle Umrufe. Wir wollen es einfach entzünden und wollen einfach schauen. Also ich habe jetzt gerade noch einen ganz tollen Satz gelesen. In der Gemeinsamkeit ist die Zukunft gesichert. Und das finde ich sehr schön. Und so sollten wir es sehen. Also das ist das Statement heute für unsere Bicke. Ich weiß nicht, was provokatives ein bisschen anmerken kann. Also wieso kann man die Bicke da nicht verlegen? Ist da sowieso so eine Art Bicke, Osterfeuer ist da ähnlich? Könnte man denn nicht sagen, dann machen wir die Bicke eben zu Ostern? Oder wäre das gar keine Option? Das ist überhaupt keine Option, weil die Bicke ist ja praktisch auf Sylt geboren. Durch unseren Chronisten und Schulmeister C.P. Hansen, der ja schon als kleiner Junge eine Bicke angezündet hat. Obwohl das nicht durfte nach dem Dänisch-Englischen Krieg. Und zwar ist es so, dass genau dieses Datum ja ganz, ganz wichtig ist. Also das ist, er hat der Sylter Bevölkerung die Bicke ans Herz gelegt, um die Sprache und das Brauchtum wieder publik zu machen. Es ist ja immer eine Welle. Johanna sagte schon, die 70er Jahre, das war ja so eine Hochzeit des Prisischen. Man hat die Trachtentänze wieder aufleben lassen. Die Trachten wurden wieder neu in den Vordergrund, in den Fokus gerückt. Und ich hoffe jetzt, dass wir irgendwann auch wieder eine Welle bekommen, die aus der Talzone wieder nach oben geht. Und dass wir sagen, also es ist ganz wichtig. Und die Bicke ist ein Fanal. Die Bicke ist das Zeichen, dass wir Krisen noch da sind. Es ist ein rein prisisches Test, das aus der Heidenzeit übernommen wurde. Und wir haben es einfach rüber gerettet. Also zum Beispiel der Vater von C.P. Hansen, J.P. Hansen, der ja 1819 die erste frisische Literatur überhaupt ins Spiel brachte. Der Gipshals of the Søring Pylostai, der Gipshals oder der Søring Syltapetritach. Der hat doch gar nicht viel von der Bicke gesprochen. Es musste Zeit gewesen sein, wo die Bicke wieder mal nicht im Spiel war. Weil auch Kriege da waren, weil die Obrigkeit es verboten hatte, weil die Kirche es verboten hatte. C.P. Hansen hat es wieder aufleben lassen, also 1830. Und von da an ging es wieder bergauf. Und dann hatte man, glaube ich, 1890 die letzte einzelne Bicke in Keitung. Ab 1890 hatte dann jeder Ort eine Bicke, weil der Fremdenverkehr ja dann hier losging. Und dann waren es auch viel zu viele Menschen, die dann auch zugezogen waren. Also es hat damals nur eine Bicke gegeben. Aber der 21. steht jetzt fest. Es variierte zwischendurch immer mal, weil es immer vor der Faschenzeit passieren musste. Aber wir haben ihn jetzt für uns einfach festgelegt seit C.P. Hansen auf den 21. Also die Frage an Ilse Johanna, wie viele Bicke gibt es in Nordfriesland insgesamt jetzt? Und wie viel Friesisch wird dann an den Bicke gesprochen? In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Bicke entstanden. Also auf dem Festland haben wir im letzten Jahr, glaube ich, an die 80 gehabt. Und die finden nicht nur in Nordfriesland statt, sondern auch an der Ostküste und im Holzständerbereich sitzen Leute und machen eine Bicke. Das ist nicht verboten, aber das ist nicht unsere frisische Bicke. Auf Wild wird an jeder Bicke eine deutsche Bicke-Feuerrede gehalten und eine frisische. An den anderen Bicke ist es deutlich anders, da geht das frisische zurück. Ich bin immer auf der Festlandhochburg, Rizum Lundheim, da wird die Bicke-Rede drinnen gehalten, weil am Feuer ist man mit anderen Dingen beschäftigt. Dann wird nur der Spruch, keine Bicke-Ören, betätigt. Wir singen frisische Lieder, Kinder, Erwachsene und auch Gäste können mitsingen. Herr Fabricius war auch dabei und hat einen Zettel bekommen. Und dann gibt es noch ein frisisches Theater, gibt es dann anschließend noch. Das ist ganz wichtig und am Vormittag oder einen Tag davor gibt es eine Kinderbicke. Da kommen die Schüler der Klassen, in denen physisch unterrichtet wird, alle zusammen und feiern das in Rizum Linter, mal an der einen Schule, mal an der anderen Schule. Da war Herr Fabricius letztlich auch dabei und unser Landrat auch. Und er, wenn wir hohen Besuch bekommen, dann kommt auch noch jemand anders dazu. Und dann kommen plötzlich andere und sagen, ach jetzt gibt es auch eine Kinderbicke auf dem Festland, das wussten wir gar nicht. So ist das Netzwerk unheimlich wichtig, dass die Friesen mit den Hochdeutschen und den englisch sprechenden Leuten zusammenbekommen. Und dass wir uns austauschen. Und das ist in den letzten 10, 15 Jahren führend in Schleswig-Holstein forciert worden. Wenn wir jetzt zum Thema Tourismus und Bicke diese zwei Komponenten anschauen, wenn ich jetzt mal ein Wortspiel machen soll. Und die Mutation des frisischen Folklore nur für eben den Tourismus darzustellen. Also Trachten, die einen großen Platz haben in touristischen Broschüren und so weiter und auch mit Bicke werben. Besonders auf Sylt ist das ja ein sensibles Thema. Wie geht der Söhring vor Ihnen damit um, eben Tourismus und frisische Kultur gut zu vermitteln? Eben auch an den Badegästen, an den Börsegästen zu vermitteln. Bei uns, du schaust hier die Nacht gerne. Johanna, wolltest du was sagen? Ich wollte gerne was sagen. Also nicht nur bezogen auf Jölf, sondern wir haben ja den Zuschlag immer durch den Kulturgut bekommen, weil wir offen sind für andere. Es ist kein abgeschlossenes Fest und wir leben vom Tourismus und der Tourismus befeuert auch unser Kulturgut. Jetzt die Touristen auf einmal steht, die sehen diese frisischen zweisprachigen Bilder und die fragen danach nach dem Kulturgut, das in der Sprache und den Familien verschwunden ist, weil es in den Schulen lange, lange Jahre überhaupt nicht gewürdigt worden ist. Und das wieder aufzubauen, da ist die Sprachenpolitik in Schleswig-Holstein eben noch ein dickes Brett, dass wir das wieder hinkriegen. Wir brauchen die Touristen und wir schätzen sie. Es muss nicht jeder frisisch sprechen. Danke. Also wir wandern auf einem Grade auf Sylt. Wir wissen sehr wohl, dass die Lebensader der Tourismus ist. Und wir sind stolz auf unsere Riten, auf unsere Bräuche, die wir auch erhalten wollen. Und wir haben eigentlich gar keine Probleme damit, sie zu teilen. Nur ein Teil der Bevölkerung steht dem feindlich gegenüber und mag am liebsten gar keine Touristen an der Bieke sehen, was ich für schlecht halte. Denn Tradition muss gelebt werden, muss gezeigt werden, sonst hat sie auch keinen Sinn. Also sie verkümmert sich auch, wenn man nur immer unter sich bleibt und keine Impulse bekommt. Also es sieht folgendermaßen bei uns aus, dass wir uns sehr wohl freuen. Nur in den letzten 30 Jahren wurde die Bieke natürlich von den Touristikern beworben. Man hat die Saison verlängert. Früher war es so, und das ist das, was die Sylter bemängeln, man hatte die Bieke und den Pill of Style. Der Petri-Tag ist ja untrennbar verbunden damit, der ist ganz wichtig aus Sylt, der Petri-Tag am nächsten Tag. Man hatte diese Tage für sich, bevor die Saison losging. Und das ist anders geworden. Jetzt wird extra geworben, dann Touristen extra angeworben, um an der Bieke teilzunehmen. Ich bin ganz, ganz begeistert, dass wir diese Eintragung haben im deutschen Register des immateriellen Kulturerbes, weil wir dadurch jetzt die Verantwortung haben, unsere Bieke so zu erhalten, wie wir sie übernommen haben. Also ich möchte keine Getränkewagen oder Würstchengrills dort sehen und diese Dinge. Die haben dort überhaupt nichts zu suchen. Denn je mehr man solche Dinge einbringt, umso touristischer wird es auch. Was ich natürlich nicht gern habe und was ich auch immer jedes Mal mache, wenn ich eine Bieke Ansprache halte auf Söring, dann bitte ich die Anwesenden respektvoll vor der Sprache, einfach mal still zu sein und die Unterhaltung einfach mal sein zu lassen und auch keine Fackeln vorher ins Feuer zu werfen. Das muss man den Menschen einfach erklären. Und das ist das, was natürlich moniert wird. Weil viele einfach nur kommen, um Punf zu trinken, um das Feuer zu sehen, um hinterher Grühkohl zu essen. Und man muss das Ganze ein bisschen in die Richtung bringen. Und dann geht das sehr wohl mit dem Tourismus. Da bin ich sehr wohl der Meinung. Und meine Kollegen im Vorstand der Söring vor Ihnen sehen es ganz genauso. Noch eine abschließende Frage an Malm und Ilse, Johanna. Das Bickelbrennen fällt so coronabedingt aus. Also habt ihr Pläne für heute Abend? Oder sagt man, okay, dann machen wir eben dieses Jahr halt nichts und gucken im Fernsehen? Oder welche Gefühle löst das aus, dass coronabedingt eben diese Bickel ausfällt dieses Jahr? Also für mich... Also ich war heute Morgen... Entschuldigung. Ich war heute Morgen zu einem Gottesdienst in Bordelon, wo es auch um die Bickel ging. Es ist ein heidliches Fest und die Pastorin hat sich getraut, das mit in den Gottesdienst zu nehmen. Und ich habe Vorbereitungen getroffen, dass wir Grünkohl essen können heute Abend. Und ich werde auch noch die Fahle hessen. Dann werde ich, wie es in den Husemann Nachrichten auch steht, von Lena Grützmacher, die eine Bickelrede das erste Mal auf dem Festland hat auch veröffentlichen können. Ich werde dann auf Prisic, Hochdott und Kladdorf eine Kerze vor der Tür anmachen. Und ein bisschen wehmutsvoll. Also ich werde eine Bickel haben. Ich werde soweit ich darf mit einem Journalisten ein wenig in der Nähe, in der Sichtweite der Bickel stehen. Ich werde ein kleines Interview geben nochmal dazu. Und freue mich unwahrscheinlich, dass wir es dürfen. Und ich denke mal, dass es, wenn dann alle Leute am Fernseher oder am PC sitzen und den Livestream miterleben, dass wir ihnen ein ganz klein wenig Freude machen können. Dass wir trotzdem ein Zusammenwirklichkeitsgefühl erzeugen können. Das hoffe ich sehr. Und das ist so meine Freude heute. Und darauf freue ich mich heute Abend. Sehr schön. Vielen Dank. Dann würde ich gerne in den nächsten Teil übergehen und das Wort an Herrn Dr. Fabricius weitergeben. Er war, wie gesagt, schon bei der Bickel letztes Jahr dabei. Live als der erste Bundesbeauftragte für nationale Binnenheiten und Aussiedlerfragen. Und wir sind sehr gespannt, was er zu berichten hat. Und ich würde nochmal die anderen Referenten bitten, einmal die Videos aufzumachen, dass wir Herrn Fabricius in Fokus sehen. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem virtuellen Bickelfest. Es ist ein Fest. Davon konnte ich mich selbst überzeugen. Vor einem Jahr habe ich zum ersten Mal an einem Bickelbrennen teilgenommen. Ich durfte im Rahmen eines mehrtägigen Besuchs in Nordfriesland, wie Frau Christensen schon gesagt hat, in Riesum Lindholm, am Vormittag zunächst die Bickelfeier der dänisch-friesischen Schule mit einer Theateraufführung auf Deutsch, auf Dänisch, auf Friesisch und einer Kinderbieke auf dem Schulgelände besuchen. Und erst am Abend kam dann das große Bickelbrennen. Es war für mich ein absolut unvergessliches Erlebnis, diese für die Identität der Nordfriesen so wichtige Veranstaltung wie das Fest einmal selbst vor Ort mitzumachen. Und auch am geselligen Beisammensein nach dem Bickelbrennen mit Essen, Musik und friesischem Theater im Dorfgasthof teilnehmen zu dürfen. Ich bin überzeugt davon, das gehört dazu. Und ich war sehr angetan, die Diskussion eben mitzubekommen, ob das Folklore ist, ob es Kultur ist oder ob man es miteinander verbinden kann. Und ich bin überzeugt davon, dass es letztere ist. Es ist miteinander verbindbar und beides lebt voneinander. Mir ist der Tag auch deshalb noch in absolut lebhafter Erinnerung, weil das abendliche Bickelbrennen bei starkem Wind, bei Dauerregen und absolut bitterer Kälte stattfand. Das wildlodernde, wärmende Bickelfeuer hat deswegen eine unglaublich große Anziehungskraft auf mich ausgeübt und offenbar auf die vielen anderen Menschen, die trotz des schlechten Wetters im letzten Jahr dort gewesen sind. Es hat mich beeindruckt zu sehen, welches Gefühl der Verbundenheit und der Gemeinschaft mit den anderen um das Bickelfeuer versammelten Menschen in genau dieser Situation entstanden ist. Es erscheint mir das wesentliche Merkmal dieses Bickelbrennens zu sein. Es schafft Zusammengehörigkeit zum einen unter den Menschen, die vor Ort als Dorfgemeinschaft am Bickelfeuer zusammenkommen, aber auch innerhalb der Gesamtgemeinschaft der Nordfriesen, die sich zur gleichen Zeit eben, wir hörten am 21. Februar, an vielen Orten Nordfrieslands zusammen finden, um das Bickelbrennen zu feiern. Das Gemeinschaftsgefühl, von dem ich spreche, war auch am Abend bei der Veranstaltung im Saal des Dorfkasthofes zu spüren, womit der Bickelrede und auch der Aufführung eines friesischen Theaterstücks Kultur gepflegt worden ist. Das Bickelbrennen ist traditionelles Brauchtung, das für die Nordfriesen identitätsstiftend ist, aber auch Ausstrahlungskraft für die ganze nicht-friesische Bevölkerung hat, jung und alt in seinen Band zieht und verschiedene Generationen zusammenbringt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wo findet man das heute noch? Und ich kann auch den vorherigen Vortrag, aus dem wir erfahren haben, dass in einigen Orten der städtische Bauhof die Bickel veranstaltet, Ich kann daraus nur die Ermunterung ziehen, diesen Brauchern die junge Generation weiterzugeben. Ein Bickelfest, das der städtische Bauhof veranstaltet, ist näher an einer Folklore für Touristen, denn an gelebter eigener Tradition. Und deswegen nutze ich diese Gelegenheit für den Appell an alle Gemeinschaften, gerade die jungen Leute dazu zu bringen, das Bickelfest zu feiern und Tage vorher die Bickel aufzutragen, sie zu bewachen, wie man wunderschön im Film gesehen hat und schlicht nordfriesische Identität zu leben. Ich bin selbst Angehöriger einer nationalen Minderheit, ich bin Siebenbürger Sachse aus Rumänien und weiß sehr genau, wie absolut wichtig es ist, etwas zu haben, das alle Angehörigen der Minderheit miteinander verbindet. Etwas, womit man sich identifizieren kann, das alle pflegen und bewahren möchten. Das kann eine Mundart, eine Sprache sein, es können Kochrezepte sein, aber es kann auch ganz genau ein Fest wie das Bickelbrennen sein. Etwas, was die Identität zusammenhält und ein Gemeinschaftsgefühl schafft und im besten Fall, so wie das beim Bickelbrennen auch der Fall ist, sogar eine Brücke zur Mehrheitsgesellschaft schlägt. Ich finde es großartig, dass das Bickelbrennen bereits im Jahr 2014 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden ist. Ein Element, liebe Freunde, der Definition von immateriellen Kulturerbe ist, dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird. Gerade das Generationenübergreifende dieses Brauchs ist aus meiner Sicht etwas absolut Wertvolles. Maßgeblich für den Erfolg aller Bemühungen einer nationalen Minderheit, die eigene Sprache, die Kultur, das Identitätsgefühl zu behalten, ist genau dafür, die nachfolgenden Generationen zu gewinnen. Es ist eigentlich eine banale Erkenntnis. Trotzdem muss man sich immer wieder bewusst machen, dass auch jahrhundertealte Sprachen und Traditionen innerhalb kürzester Zeit aussterben können, wenn es nicht gelingt, diese in der jungen Generation nachhaltig zu verankern. Sie, Frau Christiansen, haben sehr eindrucksvoll am Anfang geschildert, dass das Bickelbrennen auf dem Festland schon quasi ausgestorben war und von den Inseln reimportiert werden musste. Ich finde es gut, dass man das gemacht hat und ich ermuntere wirklich alle, diese unglaublich schöne Tradition in die junge Generation zu verankern, auf das auch unsere Kinder und Enkelkinder in 20, 30, 40 Jahren noch an diesem schönen Gemeinschaftsevent Bickelbrennen teilhaben können. Ich wünsche viel, viel Spaß. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, meinetwegen bei Wind und Wetter und Frost und Regen, bei einer Live-Bickel. Und ich freue mich jetzt auf die Bickel-Rede. Ich habe sie zum letzten Mal ein bisschen als Pendant zu den in bayerischen üblichen Politiker-Verblecken am Nockerberg erlebt, aber eben mindestens genauso authentisch, also feuerfrei auch für die Bickel-Rede. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Worte. Sehr schön. Dann gehen wir über zu Maren, jetzt wird es langsam emotionaler, wir nähern uns der Dämmerung so langsam und wir wollen natürlich auch für heute Abend in Stimmung kommen. Und deswegen übergebe ich das Wort an Maren, die jetzt für uns die Feuerrede hält. Vielen Dank. Auch wenn wir auf Sylt stets wieder hören müssen, dass zu viele Gäste auf unserer Insel sind und unsere überlieferten Sylter Feste mehr und mehr zugunsten des Tourismus kommerziell genutzt werden, haben wir es doch geschafft, einen kleinen Teil unserer Bräuche aufrecht zu erhalten. Wenn wir Friesen uns heute fragen, warum wir überhaupt an unsere Bickel festhalten sollten, so fällt die Antwort wohl nicht schwer. Tradition bedient die Sehenducht nach Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Tradition muss gelebt werden von den Syltern. Nur so kann Brauchtum überleben. Nur wenn starke Wurzeln vorhanden sind, kann auch eine Bindung und das Gefühl der Verantwortung für die Heimatinsel entstehen. Unsere Kinder und Enkel können mit unserer alten Sprache und unserem Brauchtum aufwachsen, mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit an der Bickel stehen. Und mit der Wertschätzung der eigenen Kultur und Tradition kann gleichzeitig die Wertschätzung und Toleranz für andere Traditionen und Kulturen entstehen. Mit der Stärkung der Identität kann man Vorurteile gegen Menschen aus anderen Kulturen verlieren. Weltweit gibt es viele traditionelle Veranstaltungen, an denen Gäste teilnehmen und mitfeiern dürfen. Trotzdem bleiben ihre Bräuche seit Jahrhunderten so erhalten, wie sie entstanden sind. Und um unsere Tradition in Europa unter Schutz zu stellen, ist das Bickelbrennen in Nordfriesland auf Bestreben des Friesenrates Faschereit seit 2014 in das UNESCO Immaterielle Kulturherbe aufgenommen worden. Wir haben nun die Verantwortung, unsere Sylter Bickel so beizubehalten, wie wir sie von den Vorfahren übernommen haben. Man geht davon aus, dass das Bickelbrennen in der Heidenzeit ein Frühlingsfeuer war. Ein Zeichen der Hoffnung und Erneuerung. Auch nachdem das Christentum im 9. Jahrhundert hier eingeführt wurde, ist dieses Feuer nie ganz verschwunden. In alten Aufzeichnungen kann man lesen, dass junge Paare im 18. Jahrhundert um ein Feuer tanzten und sprangen, einander versprachen und um Fruchtbarkeit baten. Der Chronist Henning Rinken schreibt, dass die Sylter Seeleute sich wohl 1760 am Target nach der Bickel in Kleidung trafen, um Team zu halten und zu beraten, wann man wieder zu den großen Häfen hinausfahren könne. Auch wenn einige Berichte nicht historisch belebt sind, kann man doch davon ausgehen, dass das Datum der Bickel und des Petri-Tages variierten, jedoch fanden sie stets vor der Fasten. Die heutige Ausrichtung erhielt das Bickelbrennen aber erst durch unseren Bekannten, Hülter Chronisten C.B. Hansen. Er berichtet als Knabe mit ein paar Freunden in den Dünen, heimlich ein kleines Bickelfeuer angezündet zu haben, obwohl dies nach dem englisch-dänischen Krieg 1811 verboten war. Die Liebe zu seiner Heimatinsel und seiner überaus großen Fantasie haben wir zu verdanken, dass das Bickelfeuer als Zeichen der Verbundenheit mit unserer Insel und Bekenntnis zu unserer krisischen Geschichte als Tradition auf Sylt und auch auf den Nachbarinseln und auf den Festland bis heute erhalten geblieben sind. Was müssen wir unternehmen, um unser überliefertes UNESCO-immaterielle Kulturerbe zu erhalten? Zuerst einmal muss man wissen, dass nicht das Grünkohl-Essen in den Gaststätten der wichtigste Teil ist. Dies ist erst durch den Tourismus entstanden, so um 1910. Jedoch die friedliche Ansprache ist von der Bickel nicht zu trennen. Bis vor einigen Jahren konnte man die friedlichen Texte der Ansprachen aus allen Dörfern in der Zeitung nachlesen. In den letzten Jahren ist dies völlig vergessen worden, da das Interesse an unserer friesischen Identität auf Sylt verloren gegangen zu sein scheint. Wenn wir unsere Sylter Sprache Söhring nicht mehr achten und ehren, wenn wir unsere wenigen verbleibenden Sylter Traditionen nicht mehr pflegen, dann wird auch unsere Sylter Bickel endgültig zu einer touristischen Gastronomieveranstaltung reduziert. Wie es uns viele Sylter beklagen. Wir haben es selber in der Hand. Nach welcher der Griechen von den letzten Jahrhunderten auf der Ortbrüsten der Dörfernheidenfest Echholzhoch und auch der Regeln von der Regierings- und Niedernsjahrhundert wird vom Mot des Friesbrüches hier zu lösen. Auch in Pandemie geldet exgattet. Just an des Rindtürbrücken und Theken von Höping und Niemöken. Das ist ein Symbol für den Hopporn. Und alle Söhring kennen wir ja auch harten, der Bili. Bickel von Zöll, hellig ojöl, Blame ab, da büsstet Altertwisten. Und ich hoffe, einige Worte konnte man verstehen. Eck war auf jeden Fall dabei beim Schlusspart bei Maren. Aber inhaltlich ging es natürlich heiß her. Und so sollte ja auch die Feuerrede sein, dass man eben viele emotional hochgekochte Emotionen aus dem Jahr eben nochmal aufzählt. Was für sowas in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie auch richtig ist. Dann würde ich jetzt zum Schlusspart kommen und Norma Schulz darum nochmal bitten, zwei Lieder für uns zu spielen. Kleiner Hinweis, Bickel Bonk, wer das Wort jetzt nochmal erinnern kann, der kann auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen verstehen, worum es in Normas Liedern geht. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, die Veranstaltung zu beenden mit zwei Liedern. Ich habe zwei Lieder von mir jetzt dabei. Und das erste ist auch frisisch und heißt Ebanflut, Ebbe und Flut. Und es geht darum, dass ich immer gerne nach Fürth zurückkomme. An Bickel bin ich natürlich auch oft zurückgekommen, um hier zu feiern und alle wiederzutreffen, die man sonst nicht so oft sieht. Da ist Bickel mal ein guter Treffpunkt gewesen. Und hoffe, dass es natürlich nächstes Jahr stattfindet. Genau, Ebanflut. Skyward Lourke Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Lach, 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 ich mäume über Wunsch, bist du ein Herbst, du bist eine Lach, 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 der das Süß versteigt, der das Süß versteigt. Sehr schön, Norma, wirklich. Vielen Dank, Norma. Ich freue mich so unglaublich, dass Norma ein eigenes Lied für diese Veranstaltung geschrieben hat, ohne dass ich, ich habe dir das ja nicht aufgezwungen oder so, sondern man beschäftigt sich eben in der Corona-Zeit mit Themen alleine und man braucht aber ab und zu Impulse, um dann eben weiterzukommen. Und ich glaube, das ist einfach schon ein Gewinn, wenn man ein neues frisisches Lied hat, glaube ich. Also das ist so unglaublich wichtig für die frisische Sprache. Ich möchte jetzt, weil die Friesen eben sehr bescheiden sind, trotzdem noch mal ein bisschen Werbung machen für Norma. Auf ihrer Homepage kann man, ich habe es eben kurz verlinkt im Chat, kann man noch eben andere Lieder von Norma hören, vor allem ihre neue Single, die eben auch plattdeutsch ist und auch ihr Album Bestellen, Rückenwind, wo es eben auch verschiedene Lieder eben noch von Norma gibt. Und das eben in der Corona-Zeit Musiker und Musikerinnen ist, besonders schwierig haben. Also schaut gerne vorbei bei der Homepage und guckt, ob ihr da Norma noch unterstützen könnt. Ich würde jetzt noch das Wort weitergeben an die Gastredner und an die Referentinnen. Ein kurzes Schlusswort, mit welchen Emotionen geht man hier aus dem Gespräch raus? Was sind die letzten Gedanken, die man sich gemacht hat? Einfach Eindrücke zusammen jetzt zum Schluss. Wer möchte anfangen? Wir fanden eigentlich alleine, bis nächstes Jahr noch und Dank an alle Unterstützer der frisischen Kultur, ohne dieses Netzwerk hätten wir Norma nie eruiert. Und Norma, ich weiß noch, wie sie im Innenministerium war und gefragt wurde, was wollen Sie denn eigentlich mit dem Friedrich? Ich kann doch all hier, am Innenministerium. Ich bin doch schon hier. Wer hätte mir das zugetraut? Wohntun. Ich möchte mich auch ganz herzlich für die Einladung bedanken. Es war mir eine große, große Freude. Ich bin wieder, wie immer, konditioniert durch meine Mitfriesen. Hier auf Sylt sind wir ja wirklich eine aussterbende Minderheit. Es sprechen vielleicht noch drei Prozent der Insulaner frisisch. Und es konditioniert mich jetzt wieder sehr. Ich habe wieder Freude, wenn ich jetzt sehe, dass so viele Leute dahinterstehen. Ich freue mich, dass Dr. Fabricius dabei war. Vielen herzlichen Dank. Und es war eine ganz, ganz nette Idee. Und ich denke mal, wir können jetzt mit Kraft und Freude, trotz der Pandemie, also wir können die Ideen im Kopf verwirklichen und dann zu Papier bringen. Und wenn wir uns dann alle wiedersehen dürfen, dann ja, eine große Freude. Vielen herzlichen Dank allen. Dann mache ich kurz weiter. Es ist an mir Danke zu sagen für die Einladung zu diesem wunderschönen Fest. Und ich empfinde im Moment eine emotionale Gemengenlage zwischen Wohlgefühl und ein bisschen Wehmut. Wehmut, weil ich das letzte Wiekefest in Erinnerung habe, als ein Fest der Gemeinsamkeit, des Frohsinns, des Miteinanders, des Teilens von kulturellem Erbe mit denen, die Gast sind. Ich wünsche mir sehr, dass das im nächsten Jahr wieder genauso möglich ist. Und ich kann Sie, die Nordfriesen, denen dieses kulturelle Fest gehört, nur ermuntern, behalten Sie es nicht für sich alleine, teilen Sie es mit uns, lassen Sie uns daran teilhaben. Es ist genau deswegen Teil des gesamtdeutschen kulturellen Erbes, des immateriellen Kulturerbes. Danke dafür, dass ich heute dabei sein durfte. Und Frau Christiansen, Sie dürfen es durchaus als Drohung wahrnehmen. Ich komme bestimmt wieder. Danke. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte aber trotzdem noch einen kurzen Beitrag dazu leisten, also nicht zu machen, das geht eigentlich nicht. Wir müssen einen kleinen Teil leisten und das Piekebrennen vermittelt eben Zuversicht und Zusammensein und eben Hoffnung, was wir in dieser Zeit besonders brauchen. Also nochmal eine kleine Pieke-to-go für Sie. Ich hoffe, jeder hat eine Kerze zu Hause bei sich. Machen Sie eine Kerze an. Vielleicht schauen Sie nochmal Pieke-Videos auf YouTube, weil man eben mit dem Piekebrennen am Pieketag muss man doch ein bisschen was machen, um eben zuversichtlich aus dem Winter rauszukommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig und ich möchte Ihnen dann noch zwei YouTube-Videos verlinken in den Chat, dass Sie eben hier sehen können, dass Sie eben auch auf Friesisch mitsingen können. Dann können Sie nämlich für nächstes Jahr schon die frisischen Texte ein bisschen üben. Jetzt ist die Gelegenheit zu Hause, kann man selbst für sich her singen und keiner lacht darüber, wie man das ausspricht, aber auch beim Piekebrennen selbst, wenn man was auf Friesisches singt und eigentlich nicht Friesisch beherrscht. Das macht gar nichts. Also üben Sie gerne zu Hause, machen Sie sich eine Kerze an und hoffe, dass Sie dann mit gutem Spirit in die nächste Zeit kommen. Und dafür ist nämlich die Gelegenheit da, dass man eben durch den Winter kommt und mit zuversichtlich dann in das Frühjahr schaut. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen und lasse den virtuellen Raum noch eine Zeit auf, dass man sich eben per den Chat nochmal verabschieden kann. Aber sage jetzt hier offiziell dann Tschüss und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen allesamt. Vielen Dank. Frohe, Tung. Ade.